Bei einem Lkw-Unfall auf der Bundesstraße 3 in Höhe von Bad Zwesten ist am heutigen Dienstag gegen 6 Uhr ein Schaden von 50.000 Euro entstanden. Personen wurden dabei nicht verletzt. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus Ungarn war mit seinem Lkw-Gespann von Kerstinhausen kommend auf der B3 Richtung Marburg unterwegs. In Höhe der Ortslage Bad Zwesten kam er vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte um. Eine Bergungsfirma aus Guckshagen rückte mit einem Kran an und stellte Zugmaschine und Hänger wieder auf die Räder. Während der Bergung war die B3 voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.